Hallo und herzlich willkommen zum Community Let's Play Supremacy 1914. Ja, es gab wieder ein wenig Bewegung und zwar ist das Deutsche Reich jetzt fast komplett durch den spanischen Raum durch. Hat also den Bereich der südlichen USA und der nördlichen USA weitestgehend erobert. Es sind zwar immer noch Truppen der südlichen und der nördlichen USA vorhanden, aber da ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die mehr oder weniger ausgeräumt sind. Wir sehen hier hinten ja noch ein paar Eisenbahngeschütze, die hier rumstehen. Und natürlich auch noch sehr, sehr viel Infanterie, Artillerie, die hier einfach mehr oder weniger nur noch erobern möchten. Und hier hinten in Lissabon ist nur noch ein kleiner Trupp vorhanden. Das heißt also Lissabon wird demnächst auch fallen, sollte also auch nicht das große Problem sein. Ansonsten haben wir hier hinten im Bereich Arabien, Ägypten im Krieg zwischen Österreich und Rumänien auch noch wieder ein wenig was an Bewegung. Und zwar hat Österreich jetzt seinesseits einen Vorstoß gemacht und hat jetzt den kompletten ehemaligen arabischen Bereich erobert. Somit ist momentan Rumänien auf Teile von Ägypten und Ostlibyen beschränkt. Aber da, denke ich mal, wird dann auch nochmal ein entsprechender, ja größerer Angriff seitens Österreich kommen, um dann dort unten einzumarschieren und hier hinten die restlichen Provinzen auch noch zu erobern. Im gleichen Atemzug hat Rumänien, hier hinten Westlibyen, den Krieg erklärt und ist jetzt dabei, Fajum hier hinten anzugreifen und zu erobern. Und danach, denke ich mal, wird es in Richtung Siva gehen und dann halt hier noch so ein kleines Stückchen weiter. Mal schauen, ob da, ja, groß noch die Erobungszüge stattfinden können. Es ist ja immer nur eine Frage, wie Österreich dagegen agieren kann. Das sind, ja, die Übermacht von Österreich ist halt entsprechend erdrückend und Österreich hätte da in dem Rahmen sehr, sehr viele Möglichkeiten. Hat hier auch noch sehr, sehr viele Truppen überall rumstehen, die momentan nicht wirklich zum Einsatz kommen. Von daher schauen wir mal, was da weiterhin abgeht. Blick in die Zeitung, was Santiago ist gefallen, also hier hinten in Spanien. Südliche USA mit 1.091.000 Mann und das Deutsche Reich mit 588.000. Dann haben wir noch nördliche USA mit 357.000 und das Deutsche Reich mit 98.000. Dann haben wir den Krieg hier, die neu begonnenen zwischen Westlibyen und Rumänien. Rumänien mit 2 und Westlibyen mit 8. Dann ist hier hinten die Eroberung für Mekka, also hier unten da die letzte kleine arabische Provinz. Rumänien mit 842.000 und das Österreich-Ungarn mit 575.000. Dann werden noch wieder ein paar Spione weggefangen. Das ist dann soweit der Stand der Dinge für den Moment. Und dann würde ich sagen, schauen wir beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, tschüss und bye bye.